Hallo ihr Lieben, was wir jetzt hier hinter uns sehen, ist der letzte Ausläufer der Espresso Italiano Championship 2019 in Hamburg. Wir haben einen neuen Espresso Italiano Champion, einen Barista, der in elf Minuten vier grandiose Cappuccini und Espressi gemacht hat. Und er zu Recht Sieger geworden ist und uns im Oktober nach Mailand zur Hostmesse begleiten wird, wo er sich dann mit den weltweit gekürten Gewinnern, ich glaube sogar 50 aus Asien und Südamerika und anderen Ländern Europas messen wird. Und wir drücken ihm jetzt schon die Daumen. Das ist der Selcuk da, der hat gewonnen. Wink mal kurz in die Kamera, Selcuk. Hallo, freust du dich ein bisschen? Ich freue mich sehr, sehr überrascht. Danke, danke für die Möglichkeit. Ja, wir freuen uns, dass du dabei warst. Genau, und ja, wir werden euch natürlich dann auch weiter auf dem Laufenden halten, wie es dann in Mailand gelaufen ist für Selcuk. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017